Moin und herzlich willkommen zur 963. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 17. April 2015 und ich wünsche Ihnen ein frohes und glückliches Osterfest gehabt zu haben, dass Sie im Kreise Ihrer Lieben köstlich gespeist haben und dass Sie einen sehr tüchtigen Osterhasen erwischt haben für den Fall, dass Sie heute Vormittag die Einzelwetterausgabe nicht geschaut haben. Und damit Sportnachricht des Tages. Angeblich möchte der FC Bayern wen kaufen? Der Nachwuchsspieler Sergio Ramos. Der Mann ist 29 Jahre und hat bei Real Madrid einen laufenden Vertrag. Ich weiß nicht, ob das auf einem Gerücht dran ist. Ich weiß natürlich nicht, ob der FC Bayern am Ende diesen Spieler kaufen wird. Aber wenn, würde mich wirklich interessieren, was die Bayern am Ende für einen fast 30-jährigen Spieler bezahlen würden. Lassen wir das auf uns zukommen und schauen auf die Rohstoffliste. Und wir sehen Kupfer plus 2% und dann auch sonst die Energiewerte stark. Crude plus 1,7. Gas plus 1,5. Brand plus 0,6. Nachdem es ja schon gestern ordentlich in der Kiste rappelte, Crude war ja zwischenzeitlich plus 5% vorne. Am Ende des Tages, meine ich, waren es 4, irgendwas Prozent. Dann haben wir heute die Edelmetalle, die auch gestern sehr stark waren in der Konsolidierung. Gold minus 0,2, Platin minus 0,5 bis Silber minus 0,7%. Und mit dieser Stärke, was die Edelmetalle gestern gezeigt haben, hat es Barrick Gold geschafft, nachhaltig jetzt über diese Widerstandszone drüber zu gehen. Wir hatten ja Barrick Gold hier in dieser Zone gekauft gehabt. Wir hatten gesagt, nach unserem Dafürhalten eine sehr große und mehrfache Unterstützungszone und auch von Volumen bestätigt worden. Und deswegen wäre eine Fortsetzung auf der bullischen Seite wahrscheinlicher. Das sind jetzt in 5 Handelstagen 15%. Entscheidend ist, dass jetzt Barrick Gold ist geschafft hat, über eine offene Lücke drüber zu gehen, plus über die 50-Tage-Linie, plus Nackenlinie des Doppeltops, plus über die 20-Wochen-Linie. Damit haben wir sehr viel Unterstützung uns hier aufgebaut und uns deutlich in innerhalb kürzester Zeit von der Unterstützung, die wir gekauft haben, entfernt. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, ja, Gap zu, größer und dann aber Fortsetzung in Richtung 13 und dann Zielzone 13, 30 unsererseits deutlich, als dass wir hier am Ende noch mit einem Minus bei diesem Trade ausgestoppt werden. Man muss dazu sagen, wenn man eine Aktie kauft und die steigt in 5 Handelstagen gut 15%, dann brauchst du auch ein Quäntchen Glück. Es ist so gewesen, dass diese Unterstützung mit Volumen bestätigt worden war und auch Barrick Gold im Vergleich zu den anderen Werten fundamental bei den letzten Quartalszahlen gute Ergebnisse herausgebracht hat. Trotzdem brauchst du das Quäntchen Glück. Auf der einen Seite, das muss man sich als aktiver Händler immer wieder bewusst machen, dass man Trades nicht in der eigenen Hand hält, sondern wir traden immer nur Wahrscheinlichkeiten. Erstens. Zweitens, der Einstieg war aber auch ganz klar nach einer Systematik, die Sie bei uns erlernen können und dann auch anwenden können. Eine ganz klare Regel, wann wir solche Unterstützungen kaufen und wann nicht. Und der Grund, warum ich Ihnen das erzähle, ist, dass unser Ausbildungsprogramm im Monat Mai, also mit dem Seminar im Monat Mai relativ schnell ausgebucht war und es gibt relativ viele Anfragen für unsere Verhältnisse, wann es denn wieder ein Ausbildungsprogramm gibt. Und weil wir erst wieder im September ein Ausbildungsprogramm planen, haben wir gesagt, okay, um diese Warteliste abzuarbeiten, machen wir im Monat Juni nochmal ein Ausbildungsprogramm. Einige Plätze sind bereits belegt, andere sind noch offen. Wenn Sie sagen, Sie möchten noch im Monat Juni an unserem Ausbildungsprogramm teilnehmen, sind Sie herzlich eingeladen, sich darüber zu informieren. Und damit wollen wir heute einmal kurz auf Crude gucken, bevor wir dann wieder auf die Edelmetalle schauen für alle Crude-Fans. Also, was hatten wir da miteinander besprochen? Da hatten wir gesagt, der Markt hat hier eine sehr große, sehr wichtige Unterstützung hier über den Stundenchart wohlgemerkt und dass wir mit sehr viel Volumen uns diese Unterstützung geholt haben und dass das eine interessante Zone ist, um sie zu kaufen. Noch interessanter wäre es, auch wenn es ein bisschen teurer wäre, in Anführungszeichen, wenn wir hier diese Unterstützung bestätigen, durch diesen Widerstand gehen, damit auch diesen Kyle Bullish auflösen. Erstes Ziel wäre 52,40. Zweites Ziel wäre dann 54 und später in Richtung 55. Und das arbeiten wir hier gerade auch ab. Wir lösen auch hier eine bullische Kyle-Formation Bullish auf. Bleibt abzuwarten, ob es per Tagesschlusskurs so sein wird. Man muss wissen, dass bei 54,34 die 20-Wochen-Linie auf uns warten. Und wir haben jetzt immerhin schon 1 Pause, 2, 3 Tage höhere hoch innerhalb einer Seitwärtsphase. Würde mich jetzt nicht interessieren, so nah an der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsphase, auch wenn diese Kyle-Formation Bullish aufgelöst wird, etwas auf der bullischen Seite zu traden, weil es vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht passt. Viel interessanter wäre es, Doppelboden, Nackenlinie. Wenn die Bullish aufgelöst worden ist, dann auf eine Fortsetzung zu setzen, ob der Markt das jetzt so in einem Rutsch durchmacht, ich sage mal, wage ich zu bezweifeln. Ist aber auch völlig egal, ob ich etwas wage zu bezweifeln oder nicht, sondern entscheidend ist, schaffen wir einen Tagesschlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone um 56,20 bis 57, dann ist eine Fortsetzung wahrscheinlicher. Lassen Sie uns noch ganz kurz einen Blick auf Platin auch werfen. Das sind die Werte, die wir uns dann zuletzt nicht angeschaut hatten. Platin hatten wir ja geshortet, war ein sehr schöner Jade. Hier auf der bayerischen Seite, diese Bewegung waren wir nicht mehr mit dabei und ich will es nochmal aus edukativer Sicht zeigen. Schauen Sie, erinnern Sie sich, wir waren hier, dass wir das letzte Mal drauf geschaut haben und ich hatte Ihnen gesagt, das ist ein Kreuzwiderstand mit der Trendlinie. Ah ja, wir haben jetzt hier einen Full Future, das heißt, offensichtlich haben wir einen neuen Kontrakt und deswegen sind hier die Trendlinien ein bisschen verschoben, bitte ich zu entschuldigen. Also wir waren hier und er hat Ihnen gesagt, wir haben hier eine Art Kreuzwiderstand, Trendlinie, horizontale Zone, die gehalten hat und mit Karacho abverkauft worden ist. Eher wahrscheinlich, dass der Markt nochmal einen Pullback macht und bei 1.120 wird dann wieder eine größere Unterstützung. Jetzt hat der Markt tatsächlich genau diese Zone abgearbeitet und dazu kann ich Ihnen auch nur sagen, ja, wir haben das Wahrscheinlichere analysiert, das heißt aber nicht, dass das immer der Markt macht. Der hätte auch tiefer gehen können oder hätte auch nach oben durchlaufen können oder es hätte auch sein können, dass wir etwas falsch analysieren. Langer Rede, kurzer Sinn, von hier aus hieß es, hat der Markt dann Potenzial in Richtung 1.200 zu laufen. Denken Sie bitte dran, nicht nur psychologisch eine wichtige Marke, sondern die Linie muss ich auch noch anpassen, sondern auch eine horizontale Zone plus, das Ganze wird verstärkt, ich will es Ihnen nicht zeigen, durch die 20-Wochen-Linie nach meinem Dafürhalten kurzfristig, eher wahrscheinlich, nachdem wir hier so deutlich an der 1.200 gescheitert sind, nachdem wir Sibirisch aufgegeben hatten, unwahrscheinlich, dass der Markt in einem durchgeht, sondern der hat eher Potenzial dann nochmal hier in Richtung 1.160 bis 1.155 zu laufen. Wenn er direkt durchgeht, dann 1.220 bis 1.250 wahrscheinlich, ja. Das nur nochmal für diejenigen, die die Ausgaben immer wieder verfolgen, damit sie sehen, wie diese Formation weitergegangen ist. Was ich Ihnen, heute machen wir fast gar keine Edelmetall, habe ich das Gefühl, machen wir gleich. Was ich Ihnen aber auch zeigen möchte, ist Airbob Gasoline. Airbob Gasoline im Gegensatz zu den anderen Energiewerten Crude und Brent nicht gelaufen, dafür vorher stärker gelaufen, respektive weniger zurückgekommen. Das sieht aus, nicht hier, nicht über diesen Trend, aber über den 4-Stunden-Chart oder zum Beispiel über den Stunden-Chart sieht das nämlich aus wie eine bullische Wimpelformation. Also, wir haben nämlich hier, zoom mal ganz weit raus, tief, hoch, höheres, tief, höheres, hoch, höheres, tief, höheres, hoch, aufwärts Trend und jetzt wird dieser kurzfristige Aufwärts Trend, also der tertiäre Trend, wenn Sie es mit der Dow-Theorie hören wollen, wird dann hier in einer Konsolidierung fortgesetzt. Und das sieht aus wie eine bullische Wimpelformation, nicht über den Tag. Damit wir über den Tag von einer bullischen Wimpelformation sprechen, also hier die Stange, hier die Konsolidierung, die an einem Dreieck verläuft, bräuchten wir einen Aufwärtstrend. Wir haben aber einen Abwärtstrend. Wir haben einen Abwärtstrend. Und deswegen würde ich diesem Dreieck jetzt auch nicht das Potenzial zusprechen, was wir normalerweise machen würden, dass wir sagen, okay, das, was der von hier bis hier gemacht hat, das kann der also zu 80 bis 100 Prozent nochmal draufsetzen. Nee, kann man nicht machen, weil der Trend im Tageschart nicht gegeben ist. Wird schön passen, ne, hier 200-Tage-Linie. Nee, das muss man ganz kurzfristig machen, so wie wir Charttechnik anwenden, aufgrund der Tatsache, dass der übergeordnete Trend abwärts gerichtet ist, wäre die Zielzone hier im Bereich des Hochs, im Bereich der Runden 2-Dollar-Marke möglicherweise darüber hinaus. Das so nochmal aus edukativer Sicht, damit man auch weiß, wie man welche Formation über welche Zeiteinheit verwenden kann. Ganz häufig ist es nämlich so, dass man in den Chart Formationen einzeichnet, die von der Formation her passen, aber vom Trend her nicht passen. Deswegen wollte ich Ihnen das unbedingt zeigen. Wäre auch durchaus interessant, was ich dann über den Stundenchart eher für mich selber traden würde, weil ich sage es Ihnen immer wieder, so über die Stunde etwas über die Triggerliste zu machen, das ist mir zu kurzfristig. Da bin ich ständig am irgendwas am rumtippeln und das liegt mir, muss ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, nicht. Jetzt gucken wir auf Silber und bei Silber kann man es eigentlich relativ kurz halten. Wie lange spreche ich denn eigentlich? Lassen Sie mich kurz gucken. Oh, wir haben noch. Also Silber, machen wir es ganz kurz. Wenn wir auf die Stunde schauen, wenn Sie sich daran erinnern, hatte ich Ihnen gesagt, ich bin vorsichtig zu sagen, das war die Hauptbewegung, das war die Nebenbewegung und jetzt macht das Ding Zakatumski. Ich glaube eher, dass der Markt hier nochmal eine richtige Konsolidierung, eine richtige Nebenbewegung macht. Hauptbewegung, Nebenbewegung, nächste Hauptbewegung. Und jetzt kann man es relativ einfach machen. Entweder der Markt schafft es, durch diesen Widerstand bei 17,40 drüber zu gehen. Dann haben wir die Zielzone um die 17,70 mit der 200-Tage-Linie, erste Zielzone. Aufgrund der Tatsache, dass der Markt möglicherweise, insbesondere wenn er sich dann hier eine Weile auffällt und dann ausbricht, gerade es losgelaufen sein könnte, kann es auch sein, dass er dann direkt hier sogar durch die 200-Tage-Linie durchgeht. Wird es eher so sein, dass der Markt nochmal den ganzen Weg zurückkommt und dann so hochschießt, dann würde ich ja sagen, na, 200-Tage-Linie wird dann eher ein Widerstand sein. Wie dem auch sei, wir haben ja hier unsere Position genau hier aufgebaut, werden hier unser Stop-Loss anpassen und dann werden wir sagen, komm, du schaffst es, wir glauben an dich. Weiß ich aber nicht, was als nächstes definitiv passieren wird. Diese Wahrscheinlichkeit 200-Tage-Linie größer, umso größer, dass wir über die 200-Tage-Linie gehen, worauf ich persönlich auch Lust hätte, aber das heißt nicht, dass der Markt das machen wird, dass wir hier eine geraume Zeit rumkonsolidieren. Weiß ich nicht, noch eine Woche, ganz langweilige Videos, je länger der Markt hier konsolidiert, desto dynamischer wäre dann der anschließende Ausbruch. Auf der bärischen Seite, na klar, wenn wir hier Top-Top, möglicher Doppeltop, durch die Nackenlinie gingen, bei 16,40, damit durch alle gleitenden Durchschnitte, respektive 20, 50, 100 fallen würden, dann haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, in Richtung 16 Dollar zurückzukommen. Das wäre dann auch so die Zielzone, die hier vom Doppeltop passen würde. Das würde passen zu dieser aufsteigenden Trendlinie und das würde auch passen zu dieser Linie, dieser trendbegrenzenden Linie, die Unterstützung wäre, die wäre dann auch im Bereich von 16 Dollar. Zusammengefasst, bullische Konsolidierung wahrscheinlicher, je länger sie dauert, je länger der Markt noch oberhalb, also einem oberen Engel dieser Konsolidierung rumläuft, desto dynamischer wird dann auch der anschließende Ausbruch sein. Diese Bewegung präferiert, diese Bewegung weniger präferiert, auch wenn die zustande kommt, danach Bewegung in Richtung 200-Tage-Linie immer noch wahrscheinlicher, solange wir es schaffen, per Tages- und Wochenschlusskurs die 16 Dollar-Marke zu halten. Und damit habe ich es mal wieder erfolgreich geschafft, deutlich länger als meine gewünschten 10 Minuten zu sprechen. Und wenn Sie einverstanden sind, schauen wir morgen Abend wieder gemeinsam dann auch auf Gold. Da macht Gold heute einen Tag Pause. Denken Sie bitte dran, nachher ist Tom für Sie da mit einer schriftlichen Ausgabe zu den Forexes. Richtig schöne Setups, wie der Kerl Ihnen in letzter Zeit gezeigt hat. Morgen Vormittag bin ich für Sie da mit einer Videoausgabe zu den Einzelwerten. Hinterher kommt Silvion hat eine Ausgabe für Sie zu den US-amerikanischen Indizes. Und dann schauen wir morgen Abend gemeinsam auf Gold und auf die übrigen Rohstoffe. Würden Sie mir eine große Freude machen, mit dabei zu sein. Jetzt habe ich es ja so eilig, dass ich fast vergessen habe, Ihnen zu sagen, wie wichtig es ist, dass man sein Risiko kennt. Und kennen Sie das? Sie haben das Gefühl, ach, ich habe gerade keine Zeit. Ich setze einen Stop-Loss später. Das gibt es nicht, Leute. Ein Trader hat immer einen Stop-Loss. Wenn Sie keinen Stop-Loss haben, dann traden Sie nicht. Und es ist völlig egal, wie lange dieses Video schon geht oder gegangen ist. Ich werde es nicht versäumen, Ihnen zu sagen, bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Bleibt nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamad Asnashari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, 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 alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie Informationsformationsdaten doch bitte gewogen.